Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne sieben unterschiedliche passive Einkommensströme vorstellen, die du dir jederzeit aufbauen kannst. Dieses Video ist vor allen Dingen für all die Leute, die dem Hamstrad entkommen wollen, die digitale Nomaden sind oder die einfach online etwas hinzuverdienen möchten. Und ich muss mich zuallererst, bevor ich überhaupt erst richtig in dieses Video starte, definitiv mal bei euch bedanken. Ich habe nämlich über die letzten Wochen sehr viele Zuschriften bekommen, vor allen Dingen das Video, das ich vor einigen Tagen postete, nämlich wie ich 7000 Euro an einem Tag machte. Das hatte sehr, sehr viel gute Rückmeldungen bekommen und ich hatte zum Beispiel folgende Nachrichten hier erhalten. Ich würde gerne mal so ein paar Nachrichten vielleicht vorlesen, weil ich muss echt zugeben, dass ich euch unfassbar dankbar bin, weil nämlich ihr wisst, wie gesagt, wenn man solche Nachrichten bekommt, man weiß nicht genau, wie man darauf reagieren soll, aber es ist natürlich super, sowas zu erhalten. Zum Beispiel hier hatten einige geschrieben, dass zum Beispiel einige über Fiverr sehr, sehr schnell sehr gutes Geld verdient hatten, weil ich nämlich hier auf diesem Kanal einige Tutorials zum Thema Fiverr machte oder zum Beispiel der Kommentar rechts oben, Leon Echtmann, du hast mein Leben verändert, ich flippe jetzt nebenher auch Services und Übersetzungen, tausend Dank, deine Kurse helfen echt weiter, mach diesen Monat schon über tausend damit. Und das sind, wie gesagt, alles echte Nachrichten. Eine Person hätte mir sogar tatsächlich erlaubt zu sagen, wer das nun hier praktisch gewesen ist, aber ich habe die einfach mal gescreenshortet, wollte es euch zeigen und deswegen als kleiner, nicht unbedingt Beweis, aber einfach nur, dass ihr Folgendes versteht. Die Tipps, die ich euch hier auf diesem Kanal gebe, sind wirklich Tipps, die von Herzen kommen, die korrekt sind. Ich würde euch niemals irgendeinen Tipp geben, der einfach nicht funktioniert. Für mich ist einfach wichtig, dass das, was ich euch in meinen Videos sage, umsetzbar ist und ich möchte euch motivieren, das, was ich in den Videos sage, tatsächlich auch umzusetzen. Das heißt, nehmt die Tipps wahr und nehmt dann die Tipps und versucht sie auch wirklich mal anzuwenden, weil ich glaube, wenn ihr es tut, dann könnt ihr sehr, sehr schnell gute Einnahmen erzielen. Übrigens, sehr viele von diesen Leuten hatten natürlich auch ein persönliches Coaching mit mir gemacht. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir auch zusammen ein Coaching buchen könnten. Ein Link zu meinem Coaching-Programm befindet sich in der Videobeschreibung. So, aber jetzt höre ich auch mit der Werbung. Jetzt fangen wir an mit den Tutorials. Nämlich, was ich mit dir gerne besprechen möchte, ist das Folgende. Ich möchte dir jetzt hier in diesem Video sieben unterschiedliche passive Einkommensströme vorstellen. Ich möchte dir meine Erfolgstrategien für all diese Einkommensströme geben. Das heißt, es soll nicht unbedingt darum gehen, jeden einzelnen Einkommensstrom nochmal extrem aufzudröseln und jeden Bereich zu erklären, sondern einfach nur die Strategien, die dir zu geben, die wirklich funktionieren, die Strategien, die dir zu geben, die vor allen Dingen halt die 80% von dem ausmachen, was tatsächlich relevant ist, was dir dabei hilft, in dieser oder mit dieser Einnahmequelle passives Einkommen dir zu generieren. Und übrigens, derzeit auf Social Media sehe ich immer wieder viele Videos, wo Leute sagen, passives Einkommen existiert nicht. Und ich verstehe wirklich solche Leute nicht. Zum Beispiel viele Leute über Social Media und zum Beispiel eine Person, die das immer wieder sagt, ist Gary Vaynerchuk, den komischerweise sehr viele Leute mögen und ich habe natürlich auch viel Respekt für ihn, also nichts gegen ihn. Bloß, es tauchen immer wieder zum Beispiel Videos von ihm auf, wo er sagt, passives Einkommen existiert nicht. Sein letztes Video dazu hat er, glaube ich, 10 Millionen Klicks bekommen auf Facebook und ich dachte einfach nur, dass ich das Ganze mal kurz anspreche. Nämlich, ich persönlich verdiene einen Großteil von meinem Geld jetzt seit fünfeinhalb Jahren oder fünf Jahren durch passives Einkommen. Und wenn jetzt eine Person sagt, passives Einkommen existiert nicht, dann müsste mein Business nicht existieren. Ich möchte dir hier in diesem Video vor allen Dingen folgende Einkommensströme vorstellen, nämlich Kindle-Bücher. Es soll ums Icon-Business gehen, es soll um das Thema AdSense gehen, um Private-Label-Rights. Wir wollen noch über die Themen Online-Kurse sprechen, diesbezüglich über Udemy und Skillshare und auch die Plattform BitDegree. Und ich möchte noch ein paar andere, kleinere Einnahmequellen zeigen, mit denen man halt auch passives Einkommen generieren kann. Genau, fangen wir einfach mal an mit Kindle- bzw. digitalen Büchern. Das ist eine von den Einnahmequellen, wo ich glaube, dass jeder die aufbauen kann. Sicherlich ist nicht jeder ein Autor, aber natürlich gibt es unterschiedliche Modelle, wie man mit Kindle-Büchern Geld verdienen kann. Kommen wir mal zuallererst zu der Differenzierung von den unterschiedlichen Modellen. Es gibt natürlich einmal das Modell, dass du selbst die Bücher schreibst. Das heißt, dass du von vorne bis hinten das Buch schreibst. Natürlich jetzt keine hunderten von Seiten. Deine Kindle-Bücher müssen nicht hunderte von Seiten lang sein. Ich denke, es reicht auf jeden Fall aus, wenn man irgendwas zwischen 10.000 bis 30.000 Wörter in seinem Buch hat. Das heißt, es sind irgendwas von vielleicht so 20.000 bis 50.000 Seiten. Das, denke ich mal, reicht auf jeden Fall aus, um ein Buch über Kindle zu publizieren. Das, wie gesagt, ist die eine Option. Du schreibst die Bücher selbst. Und die andere Option ist, dass du dir einen Outsourcing-Partner suchst. Das heißt, einen sogenannten Ghostwriter, zum Beispiel halt in einem Drittland, also nicht unbedingt in den meisten Fällen aus der Europäischen Union, sondern halt aus anderen Ländern, sei es nun zum Beispiel viele Länder wie zum Beispiel Bangladesch oder Indien oder Nigeria oder wo auch immer, wo Leute halt für einen relativ geringen Stundenlohn arbeiten. Dort gibt es sehr viele Leute, die die Bücher schreiben werden. Ich weiß, viele von euch werden sicherlich denken, naja, es ist doch nicht unbedingt so schön, jemanden für wenig Geld anzustellen, irgendwo, wie gesagt, in Indien oder wo auch immer. Ich persönlich habe da eine ganz andere Meinung, zum Beispiel, ich habe Leute, die für mich arbeiten, ich habe Freelancer, die für mich arbeiten, die weit, weit mehr Geld von mir bekommen, als sie in ihrem eigenen Land verdienen würden. Die haben tatsächlich von mir, also sie kriegen praktisch so viel Geld, dass sie in ihrem Land zum Beispiel ihre Familien unterstützen können und so weiter und so fort. Und genau deswegen glaube ich, dass das in den meisten Fällen zum einen kein moralisches Problem ist und zum anderen vielleicht sogar den Leuten extrem weiterhilft. Heißt also, eine Modell ist, du schreibst das Buch selbst oder du suchst dir Leute, die für dich die Bücher schreiben. Wenn du zum Beispiel jetzt nach Plattformen suchst, wo man praktisch nach Leuten suchen kann, die für einen die Bücher schreiben, da kann ich natürlich dir sehr Fiverr und Upwork empfehlen. Also diese beiden Plattformen sind da sehr sinnvoll. Wie genau startet man aber nun? Wie genau kommt man dahin, dass man tatsächlich ein fertiges Buch hat? Fangen wir mal an mit dem ersten Modell, nämlich du schreibst das Buch selbst. Eine Sache musst du erstmal bei Kindle verstehen, nämlich bei Kindle ist es so, dass es praktisch zwei Optionen gibt, nämlich einmal, dass du deine Bücher im KDP Select Programm anbietest, wo du halt dann nur, ich glaube, deine Bücher für 92 bis 97 oder sowas reinstellen darfst oder du publizierst deine Bücher einfach so, halt in dem ganz normalen Kindle Programm. Der Unterschied dabei ist aber der folgende, nämlich im KDP Programm erhältst du 70% Profite, im Kindle Programm, ich glaube 30 oder 35% eins von beiden. Würde ich dir persönlich empfehlen, im Kindle Programm zu sein? Nein, ich würde dir eher empfehlen, im KDP Programm zu sein, das heißt dort, wo du dann 70% von den Einnahmen bekommst. Kindle an sich ist eine Einnahmequelle, die schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr attraktiv ist und ich glaube auch, dass er noch für viele, viele Jahre sehr attraktiv sein kann. Zuallererst ist schon mal das Folgende wichtig, du musst dir überlegen, worüber möchtest du ein Buch schreiben? Ich würde grundsätzlich nur Bücher schreiben, über Themen, mit denen ich mich tatsächlich sehr gut auskenne, das heißt, versuch erstmal bei dir abzuklopfen, was kannst du eigentlich? Welche Themen sind für dich relevant? Und wenn du sagst, naja, ich kann doch eigentlich nichts, denk nochmal nach, weil ich glaube, jede Person kann etwas, was man in ein Buch umwandeln kann, auch wenn es nur ein Hobby ist, zum Beispiel, wenn es dein Hobby ist, zu segeln oder Fußball zu spielen oder vielleicht ist es dein Hobby zu malen oder möglicherweise bist du einfach sehr, sehr gut darin, was könnte man sagen, zu nähen oder zu stricken oder was auch immer, dann kannst du natürlich auch überall diese Dinge Bücher schreiben. Oder zum Beispiel, wenn du eine harte Zeit in deinem Leben gehabt hast, sagen wir mal, du hattest eine Depression oder was auch immer, dann kannst du natürlich auch ein Buch darüber schreiben, wie man eine Depression überkommt. Also, ich würde persönlich dir einfach folgenden Tipp geben, überlege dir selbst, was hast du in deinem Leben mitgemacht, welche Erfahrungen hast du gesammelt, welche Fähigkeiten hast du, schreib die gerne mal nieder und wenn du dann eine Sache gefunden hast, die oder mehrere Sachen gefunden hast, die für dich besonders relevant sind, dann würde ich mir das Tool KDP Rocket kaufen, das kostet 97 Dollar und ich würde dann die Begriffe, die dir einfallen, würde ich einfach mal in KDP Rocket eintragen. KDP Rocket funktioniert derzeit erst für englischsprachige Begriffe, ist aber eigentlich das verlässlichste Tool, wenn es um Amazon Kindle geht. Nämlich einfach das Tool runterladen, kostet wie gesagt 97 Dollar und dann die Begriffe eintragen und dann wirst du sehen, wie populär tatsächlich diese Begriffe sind. Wenn du dann diese Keywords mal analysiert hast und du hast gemerkt, okay, das und das Thema ist zum Beispiel sehr profitabel, dann würde ich mir halt den Titel vom Buch überlegen. Ich würde nochmal auf die Plattform buchhandel.de gehen und schauen, ob es diesen Titel bereits gibt. Auch nochmal bitte auf Amazon gehen, weil nicht alle Bücher, die zum Beispiel auf buchhandel.de sind, sind auch gleichzeitig auf Amazon und andersrum. Heißt also, einfach nochmal auf Amazon gehen, zum Beispiel auch deinen Buchtitel eingeben und wenn zum Beispiel der Buchtitel von einem anderen Buch sehr nah da dran ist oder halt exakt übereinstimmt, dann würde ich mir einen anderen Titel überlegen. Wenn der Titel jetzt wirklich unik und ganz, ganz, sag ich jetzt mal, außergewöhnlich ist und wirklich nur deinem Buch zugeordnet werden kann, dann würde ich halt wirklich diesen Titel nehmen, solange er natürlich auch Keywords drin hat, die tatsächlich relevant sind, weil wir haben ja über KDP Rocket rausgefunden, welche Keywords sinnvoll sind und welche nicht. Dann der vierte Punkt ist Cover und Formatierung über Fiverr, nämlich du brauchst natürlich auch ein Cover für dein Buch und dein Buch muss formatiert werden. Zum Beispiel halt ein Teil der Formatierung ist, dass dein Inhaltsverzeichnis klickbar wird und da gibt es noch so ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel Absätze setzen und so weiter und so fort und das können halt Leute auf Fiverr machen. Über Fiverr ist das Ganze nicht besonders teuer, ich denke, du wirst für eine Formatierung irgendwas zwischen 10 bis 30 Dollar ausgeben, für ein Cover, denke ich mal, wirst du auch irgendwas zwischen, sagen wir mal, 10 und 70 Dollar ausgeben. Ich würde dir, um echt zu sein, empfehlen, eher mit teureren Cover-Designern zusammenzuarbeiten, weil das A und O ist tatsächlich das Cover, gerade nämlich das Cover ist natürlich der erste Eindruck vom Buch und wenn der schon nicht stimmt, dann interessieren die Leute sich gar nicht erstmal für ein Content. Heißt also, Cover ist sehr wichtig. Dann der fünfte Punkt hier ist das folgende, nämlich, wenn ich du wäre, würde ich mein Buch auf jeden Fall auch nochmal als E-Buch und als Paperback hochladen. Heißt also, das Buch nicht nur als Kindle-Buch anbieten, also als digitales Buch, sondern halt auch als Paperback hochladen. Wenn du dir deinen eigenen Kindle-Account erstellst, wirst du sehr bald sehen, wie das Ganze aussieht. Es ist eigentlich ziemlich simpel. Du wirst dann praktisch einfach nur sehen, okay, hier lade ich mein E-Buch hoch, hier lade ich mein Paperback-Buch hoch und wenn du halt ein Paperback-Buch hochlädst, dann kann Amazon für dich das Buch ausdrucken und an deine Kunden verschicken und ich glaube, das ist auch für dich, denke ich mal, ein großer Vorteil. Wenn ich dann nochmal einen kleinen Tipp dir geben dürfte, der folgende Tipp wäre, denke ich mal, für dich sehr sinnvoll, nämlich, wenn du jetzt zum Beispiel dein Buch geschrieben hast, dann würde ich auf jeden Fall auch nochmal das Buch übersetzen lassen in andere Sprachen, zum Beispiel, wenn das Buch jetzt auf Deutsch ist, würde ich das Buch nochmal auf Englisch übersetzen lassen, auf Spanisch, obwohl Französisch vielleicht nicht unbedingt, weil der Markt ja nicht besonders groß ist. Also, die Sprachen, die sich derzeit besonders lohnen, sind, zumindest in meinem Fall, sind Deutsch, Englisch, Spanisch und Japanisch, das sind die vier Sprachen, die sehr profitabel sind. Bei vielen anderen sehe ich auf jeden Fall Potenzial, wie zum Beispiel jetzt Hindi oder so, das ist ja eine gigantische Bevölkerung, die man in Indien hat oder zum Beispiel auch Mandarinen, da setzt sich ja langsam auch Amazon durch. Das sind auf jeden Fall auch interessante Sprachen, sicherlich auch zum Beispiel Französisch, obwohl halt die Anzahl an Leuten, die Französisch sprechen, auch die Welt nicht unbedingt wächst, zum Beispiel jetzt Leute, die Hindi sprechen, ich meine, die Bevölkerung von Indien ist am explodieren. In China, wie gesagt, haben sie jetzt auch die, kriegen sie auch wieder mehr Kinder als zuvor, das heißt, die Bevölkerung wächst. Ich denke, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, mal auf diese Sprachen sich zu fokussieren, weil einfach die Märkte am Wachsen sind und vor allen Dingen noch überhaupt nicht so wirklich von Amazon zum Beispiel erreicht wurden. Gehen wir dann mal über zur nächsten passive Einnahmequelle und diese passive Einnahmequelle sind Online-Kurse und grundsätzlich das Thema Self-Hosting. Mit Online-Kursen kann man sich meines Erachtens extrem schnell passives Einkommen aufbauen, man muss halt bloß wissen, wie man es macht und ich möchte dir hier jetzt erstmal ein paar Strategien geben, wie du relativ schnell dein eigenes Online-Kurs-Business aufbauen kannst. Die erste Strategie ist schon mal die folgende, nämlich wir müssen uns überlegen, welche Kurse wollen wir eigentlich publizieren? Zu welchen Themen wollen wir Kurse publizieren? Das Wichtigste meines Erachtens ist, dass du für dich selbst klärst, was du eigentlich kannst. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt Kurse zu einem Thema unterrichtest, mit dem du dich nicht auskennst, dann wird der Kurs wahrscheinlich nicht besonders überzeugend sein und vor allen Dingen werden auch Leute einfach merken, dass die Person sich nicht auskennt und dementsprechend dir auch eine schlechte Bewertung geben im Long-Term. Vielleicht kriegst du ein paar Leute dazu, im Short-Term dir gute Bewertungen zu geben, und genau deswegen sage ich halt immer, sei ein Experte in dem, was du unterrichtest oder halt sei dir sicher, dass das, was du unterrichtest, 100% korrekt ist. Sonst, folgendes ist auch nochmal wichtig, nämlich wenn du jetzt zum Beispiel Kurse unterrichtest, sind vor allen Dingen fünf Nischen sehr interessant, nämlich Programmierung, Business, Marketing, Design und dann die letzte ist trendbasiert, nämlich mit trendbasiert ist es folgend gemeint, im Jahr 2017 zum Beispiel hatte ich einen Kurs zum Thema Kryptowährung gemacht, das war natürlich ein sehr, sehr populäres Thema und weil natürlich so viele Leute das Thema interessant fanden, haben auch viele Leute die Kurse gekauft. Heißt also, trendbasierte Kurse können auch sich sehr gut verkaufen, vor allen Dingen halt auf Online-Marktplätzen wie zum Beispiel Udemy. Wenn ich dir drei Plattformen empfehlen dürfte, wo du deine Kurse veröffentlichen solltest, wenn du sie nicht self-hostest, ist natürlich udemy.com, dort kannst du Kurse in allen Sprachen eigentlich publizieren, ich würde natürlich jetzt nicht in extrem nischigen Sprachen oder Dialekten oder sowas meine Kurse publizieren, aber jede große Sprache lohnt sich, ob Mandarin, Hindi, ob Deutsch, ob Englisch, ob Spanisch, ist relativ egal, wichtig ist einfach nur, dass du halt hochqualitative Kurse ablieferst, und der Markt wird sich halt auf Udemy ergeben. Mein Tipp an dich ist, wenn du halt einen deutschen Kurs publizierst, publiziere auch den englischen, wenn du es kannst, wenn nicht, dann fokussiere dich nur auf deutsche Kurse, deutsche Kurse verkaufen sich auch sehr, sehr gut auf Udemy. Sonst natürlich, Skillshare ist auch eine Plattform, die sich sehr lohnt, hier ist es aber auch vor allen Dingen sinnvoll, englische Kurse zu publizieren, hier würde ich dir keinesfalls empfehlen, deutsche Kurse zu publizieren. Und sonst, Bitdegree ist auch nochmal eine Plattform, die jetzt sehr, sehr neu am Markt ist, dort kannst du auf jeden Fall mit deinen Kursen auch Geld verdienen, wichtig vor allen Dingen, die Plattform zu verkaufen. Soweit ich das Ganze verstehe, kauft diese Plattform dir eine Lizenz ab, was einfach nur bedeutet, dass praktisch sie eine Lizenz dafür kaufen, den Kurs auf ihrer Plattform anbieten zu dürfen, das heißt, hier haben wir keine Exklusivitätsklausel, denn Kurs kann weiterhin auch auf anderen Plattformen angeboten werden. Wie genau kommt man dann, dritter Punkt, zu Bewertungen, ziemlich einfach, wenn ein Kurs gut ist, werden die Leute ihn bewerten. Zum Beispiel in meinem Fall ist es so, ich habe niemanden, der für mich Bewertungen schreibt oder sowas, das mache ich auch grundsätzlich nicht. Bei mir ist es so, dass ich einfach meinen Kurs publiziere, ich fange ihn an zu verkaufen, die Leute schreiben sich ein und wenn der Kurs gut ist, dann lassen sie eine Bewertung da. Man kann natürlich auch zum Beispiel ein paar kostenlose Coupons vergeben, das heißt zum Beispiel jetzt einfach den Kurs kostenlos an ein paar Leute rausgeben und dann darauf hoffen, dass die Leute den Kurs bewerten. Ich würde dir auf jeden Fall als Tipp geben, niemals, niemals, niemals Bewertungen einzukaufen, weil es a. nicht in Ordnung ist und vor allen Dingen ist es auch einfach nicht gut für dich, weil du musst einfach selbst ein System entwickeln oder so gute Kurse zumindest lernen zu produzieren, dass tatsächlich auch Leute gute Bewertungen dalassen. Nämlich wenn zum Beispiel du Bewertungen kaufst oder sowas, was wie gesagt du bitte nicht tun solltest und im Long Term kriegen die Leute mit, der Kurs ist nicht gut, dann verkauft der Kurs sich irgendwann nicht mehr. Wir wollen ja, wenn wir Kurse produzieren, so gute Kurse produzieren, dass die sich auch noch ein paar Jahre verkaufen. Das ist wie gesagt das A und O. Der Fokus sollte sein, einen langen Kurs zu produzieren, einen wirklich allumfassenden Kurs zu produzieren, vor allen Dingen auf Udemy spielt dieses allumfassende eine große Rolle, weil nämlich Udemy natürlich ein sehr kompetitiver Marktplatz ist und wenn du dort einen sehr großen, sehr guten Kurs hast, dann kann es natürlich gut sein, dass sich dieser Kurs gegen kleinere Kurse oder andere Kurse durchsetzt. Wenn du deine Kurse self-host möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall Gumroad oder Teachable empfehlen, weil natürlich Gumroad und Teachable innerhalb der Europäischen Union für dich die Umsatzsteuer abführen und das wie gesagt ist eine super Sache, da musst du dich nicht beim MOS-Verfahren anmelden oder musst halt nicht innerhalb der Europäischen Union, falls du nicht beim MOS-Verfahren angemeldet bist, dich steuerlich in den einzelnen Ländern registrieren lassen. Das wie gesagt fällt damit dann alles weg. Kommen wir zur nächsten Einnahmequelle und diese Einnahmequelle ist Skillshare. Skillshare ist eine Plattform, die ich eben gerade schon mal kurz angesprochen hatte. Auf Skillshare kannst du natürlich auch jederzeit dir passives Einkommen aufbauen. Ich persönlich bin nicht mehr auf Skillshare, aber Skillshare war auf jeden Fall eine Plattform, wo ich zum Beispiel auch sehr gutes Geld verdient habe. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, dort auf der Plattform zu publizieren, weil du halt, indem du halt Kurse dort hochlädst, zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst. Nämlich nehmen wir zum Beispiel an, du hast jetzt deine Kurse auf Udemy und diese sind nicht im Udemy for Business Programm drin, kannst du diese auch jederzeit auf Skillshare publizieren. Nämlich für all die Leute, die es jetzt nicht wissen, es gibt eine Neuerung bei Udemy ab dem 19. Juli 2019, dass praktisch auf Udemy, wenn die Kurse im Udemy for Business Programm drin sind, die Kurse nicht mehr auf anderen Plattformen publiziert werden dürfen. Das ist nur bei Udemy for Business Kursen so, das ist nicht bei den normalen Udemy Kursen so. Das heißt also, dass du eigentlich schon im Normalfall deine Kurse halt auf Skillshare auch publizieren darfst. Wichtig ist einfach nur, dass du Skillshare halt als eine weitere Einnahmequelle siehst und da halt auch wirklich Strategien durchführst, die funktionieren. Und diese Strategien möchte ich dir jetzt geben. Zuallererst würde ich folgendes tun, ich würde nur noch lange Kurse auf die Plattform hochladen. Nämlich es gab ein Update im Jahr 2019, seit 2019 darf man nur noch einen Kurs pro Woche auf Skillshare publizieren. Ohne Witz, ich habe früher mal 10, 20 Videos oder 10, 20 Kurse am Tag publiziert auf Skillshare, weil ich halt einfach zum Beispiel einzelne Videos genommen habe, die als einen Kurs oder zu einem Kurs zusammengestellt haben und dann gesagt habe, okay, ich publiziere die auf Skillshare. Und damit habe ich natürlich damals extrem viel Geld verdient. Jetzt ist es so, dass du das nicht mehr darfst, was einfach unschön ist. Und genau deswegen, mein Tipp ist eigentlich das folgende, nämlich jetzt wirklich nur noch lange Kurse produzieren. Weil nämlich bei Skillshare ist es so, dass die Leute nicht nur deine Kurse kaufen können, sondern eher, die Leute können nicht die Kurse kaufen, sondern sie können sich nur für eine monatliche Mitgliedschaft auf Skillshare eintragen und du erhältst dann halt ein wenig Geld für jede Minute, die von deinen Kursen geschaut wird. Nämlich wenn zum Beispiel eine Person jetzt deine Kurse schaut, dann erhältst du ziemlich genau 4 Cent pro Minute, die geschaut wird. Heißt also, wenn zum Beispiel jetzt, sagen wir mal 10 Minuten von deinem Kurs geschaut werden, kriegst du halt 40 Cent. Wenn 100 Minuten geschaut werden, 4 Euro und so weiter und so fort. Dann der zweite Punkt ist auf jeden Fall, dass Skillshare keine Exklusivitätsklausel hat. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit Skillshare anfängst, würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, deine Kurse auf Udemy oder ähnlichen Plattformen zu publizieren, weil du einfach damit zwei Fliegen oder mehr Fliegen mit einer Klappe schlägst, weil du halt auf all diesen anderen Plattformen jederzeit auch Geld verdienen kannst. Übrigens ist es auch keine dumme Idee, zu sagen, okay, ich nehme die Skillshare-Kurse und publiziere die auch auf YouTube. Ich würde grundsätzlich, wenn ich Udemy-Kurse habe, nicht besonders viel von dem Content auf YouTube posten, weil ich glaube, ja, das ist einfach nicht so schön, gerade halt für Kursteilnehmer. Wenn es jetzt aber sich um Skillshare-Kurse handelt, da würde ich dir eher fast empfehlen, also wenn du deine Kurse nur auf Skillshare hast, dass du sie auf jeden Fall auch nochmal auf YouTube publizierst. Gut, kommen wir dann zum nächsten Punkt, nämlich natürlich auch nochmal die Promotion. Wie genau macht man denn Marketing für solche Produkte? Ziemlich einfach, nämlich ich würde halt einfach nur folgende Links promoten. Wenn du einen Kurs bei Skillshare publizierst, erhältst du einmal einen Premium-Link und einmal einen Free-Link. Über den Free-Link können sich Leute natürlich kostenfrei in den Kurs einschreiben. Über den Premium-Link können sich all die Leute einschreiben, die eine monatliche Mitgliedschaft bei Skillshare gekauft haben. Und wenn sich Leute über den Premium-Link einschreiben und deinen Kurs schauen, dann erhältst du halt diese ziemlich genau 4 Cent pro Minute. Wenn die Leute sich in den Kurs kostenfrei einschreiben und dann sich als Schüler bei Skillshare anmelden und diese 15 Euro im Monat da bezahlen, oder ich glaube 15 Dollar müssen es derzeit sein, dann erhältst du halt hier eine Affiliate-Provision von, ich glaube, 10 Dollar. Kommen wir dann zur nächsten Einnahmequelle, nämlich ACX. ACX kann auch eine sehr, sehr gute passive Einnahmequelle sein, aus folgendem Grund. Es ist eigentlich ein No-Brainer für mich, weil du, wenn du schon mal ein Kindle-Buch geschrieben hast, auch jederzeit ein Audiobuch produzieren kannst. Was genau ist ACX? ACX ist eine Vertriebsplattform, die deine Audiobücher auf drei Plattformen publiziert, nämlich einmal iTunes, einmal Audible und einmal Amazon. Und das Schöne, wie gesagt, an der ganzen Sache ist, dass du einfach nur dort deine Audiobücher hochladen musst. ACX macht dann den Rest für dich. Und ein Audiobuch zu produzieren, ist meines Erachtens extrem einfach. Das Erste, was du brauchst, ist natürlich ein Buch. Genau deswegen würde ich halt immer eine Kombination aus Kindle und ACX vorschlagen. Heißt er so, du schreibst zum Beispiel ein Buch oder lässt ein Buch schreiben. Dieses Buch nimmst du dann, oder druckst es praktisch aus und setzt dich hin, liest dieses Buch vor, zum Beispiel ein Mikrofon, das du dir kaufen könntest, das sehr günstig ist. Das ist ein Blue Yeti USB-Mikrofon, kostet ein bisschen mehr als 100 Euro. Fängst, wie gesagt, an zu reden, liest das Buch vor, musst natürlich ein paar Mal drin schneiden und dann hast du schon nach ein paar Tagen vielleicht das Audiobuch fertig. Ich würde grundsätzlich, wenn es sich um Audiobücher handelt, alle 15 Minuten Pause machen. Zum Beispiel bei mir ist es so, derzeit, wenn ich Videokurse und Ähnliches aufnehme, mache ich immer alle zwei Stunden Pause, weil sich halt meine Stimme langsam an das viel, viel, viel Sprechen gewöhnt hat. Aber gerade wenn du halt startest, dann kann es gut sein, dass nach 15 Minuten deine Stimme einfach müde wird und dementsprechend wird sich deine Stimme dann einfach nicht mehr besonders gut anhören. Nach 15 Minuten würde ich also, wenn ich du wäre, auf jeden Fall mal eine Pause machen. Und sonst umwandeln in ein Amazon Video Direct Produkt, nämlich für alle Leute, die es nicht wissen, Amazon Video Direct ist auch nochmal eine Plattform, wo man Videos hochladen kann. Und das Schöne an Amazon Video Direct ist das Folgende, nämlich du kannst dort auch wieder Geld verdienen, indem deine Videos gestreamt werden. Wenn also Leute deine Videos schauen, erhältst du pro Stunde, die gestreamt wird, ziemlich genauso was wie 6 Cent. Also nicht besonders viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ich würde dir also Folgendes empfehlen. Ich würde dir empfehlen, die Videos, also ich würde praktisch dir empfehlen, die Audio-Datei zu nehmen von dem Audiobuch und daraus ein Video zu machen. Das heißt zum Beispiel halt einfach das Cover nehmen vom Buch, vom Kindle-Buch und darüber dann die Audio legen, dass man halt ein MP4 daraus macht und diese MP4 über Video Direct hochladen. Weil so kriegst du halt relativ viel Geld, weil nämlich viele Leute dann zum Beispiel sich das Video anschauen, obwohl es halt ein Audiobuch ist und dann viele, viele Stunden dem Audiobuch zuhören. Und so kann es halt sein, dass du pro Hörer, wenn das Audiobuch, sagen wir mal 5 Stunden lang ist, 30 Cent bekommst, wenn die Person das ganze Ding durchhört. Dann die nächste Einnahmequelle, die auf jeden Fall sich noch lohnt, ist natürlich AdSense, YouTube AdSense. Du kannst sehr, sehr gutes Geld über AdSense verdienen. Zum Beispiel in meinem Fall ist es so, dass ich mit YouTube derzeit rund um die 500 Euro pro Monat verdiene und ich denke, das kriege ich auf jeden Fall noch hoch auf 1000, 1500, 2000 Euro und meine Strategie ist eigentlich eine ziemlich simple. Nämlich ich versuche einfach Videos zu produzieren zu Themen, die normalerweise eine sehr hohe CPM haben. Wie zum Beispiel halt Videos zum Thema Finanzen oder Business. Was eine CPM ist, ist einfach nur der Wert an Geld, den du verdienst für 1000 Klicks. Heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel 1000 Klicks kriege, ist die Frage, wie viel Geld kriege ich denn da? In meinem Fall ist es so, dass ich ziemlich genau 34 Euro für 1000 Klicks kriege. Du hast richtig gehört, 34 Euro für 1000 Klicks und genau deswegen ist halt jeder Klick für mich so wichtig. Ich versuche deswegen immer, zum Beispiel auch meine Videos auf anderen Plattformen zu posten, versuche auf anderen Plattformen wie Cora zum Beispiel Fragen zu beantworten, dort meine Videos zu promoten und so weiter und so fort, weil ich damit natürlich dann auch durchgehend mehr Geld verdiene. Ich würde dir folgendes empfehlen, nämlich publiziere einfach auch viele Videos. Ich gehe grundsätzlich bei meinen Videos auch oft quantitativ vor, dass ich also sehr, 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 sehr viele Videos publiziere. Ich versuche grundsätzlich immer jeden Tag mindestens als absolutes Minimum zwei Videos hochzuladen. Ich versuche eher so gern fünf Videos pro Tag zu gehen. Ich weiß, das hört sich bekloppt an. Bloß nicht vergessen, wenn ich jetzt zum Beispiel pro Video 20, 30 Euro mache, innerhalb vielleicht von, sagen wir mal drei Monaten, kann es gut sein, dass ich jeden Tag damit dann 100 bis 150 Euro mache und ich publiziere diese Videos sehr schnell. Manchmal zerstückele ich große Videos und lade sie wieder hoch und so kann ich halt natürlich sehr, sehr schnell sehr hohe Einnahmen erzielen. Dann extra Werbung in die Videos einbauen. Wenn deine Videos länger sind als zehn Minuten, kannst du extra Werbung in deine Videos einfügen und das erhöht natürlich deine CPM und dementsprechend auch deine Einnahmen. Das ist auf jeden Fall mal ein Tipp, den ich dir hier geben möchte. Und grundsätzlich würde ich auch immer in jedem Video eigene Produkte promoten, weil nicht vergessen, wenn du irgendwann mal hunderte, wenn nicht sogar tausende Videos hast, dann promotest du in jedem von diesen Videos deine Produkte und die Leute schreiben sich dann zum Beispiel halt wirklich für deine Produkte ein. Zum Beispiel in meinem Falle, ich promote sehr oft meine Coaching-Programme oder ich promote zum Beispiel Kurse oder was auch immer und indem ich das tue, melden sich Leute bei mir oder kaufen die Kurse direkt und so kann ich natürlich nochmal extra sehr gutes Geld verdienen. Ich denke, dieser Kanal macht bestimmt passiv 2000, 3000 Euro derzeit pro Monat und das muss man sich halt erstmal auf die Zunge zergehen lassen. Das kommt halt einfach nur von 300 Videos. Und ihr könnt euch vorstellen, meine Strategie ist derzeit 5 Videos am Tag zu machen, das heißt 150 Videos pro Monat, das heißt ich kann alle 2 Monate derzeit zumindest bei der jetzigen Summe meine Anzahl an Videos verdoppeln. Dann natürlich dauert es ein bisschen länger, nachdem ich es einmal verdoppelt habe, aber du weißt, was ich meine. Dann natürlich auch lange Videos splitten, das ist auch nochmal ein Tipp, den ich dir geben kann, nämlich wenn du zum Beispiel sehr lange, sehr umfassende Videos wie dieses hier vielleicht produzierst, dann würde ich dir empfehlen, diese Videos zu nehmen und die einfach nochmal zu splitten in kleinere Teile. Zum Beispiel hier stelle ich dir praktisch 7 unterschiedliche Einnahmeströme vor, ich werde höchstwahrscheinlich auch diese Einkommensströme oder dieses Video nochmal in ein paar kleinere Videos unterteilen und diese nochmal extra hochladen, weil einfach die Arbeit, die ich in das Video reingesteckt habe, vielleicht nicht das Geld wert ist, das ich mit dem einzelnen Video verdienen würde, aber vielleicht ist es das Geld wert, das ich verdienen würde, indem ich halt das Video noch ein paar Mal stückele und vielleicht aus diesem einen Video vielleicht 4 Videos mache. Dann die nächste Einnahmequelle sind natürlich Private Label Rights, du kannst auch mit Private Label Rights sehr, sehr gutes Geld verdienen und wie man das genau macht, möchte ich dir jetzt zeigen. Zuallererst natürlich, was genau sind denn eigentlich Private Label Rights? Private Label Rights sind einfach nur Rechte zu deinen Produkten und diese Rechte sind dann zum Beispiel Rechte wie, dass die Leute die Produkte kommerziell benutzen dürfen oder zum Beispiel grundsätzlich in ihrem Interesse verwenden dürfen. Ich würde dir folgenden Tipp geben. Ich würde ein Archiv ausbauen aus Videos, Texten und anderen Bildungsmaterialien und dieses Archiv würde ich dann an Leute monatlich praktisch nicht unbedingt vermieten, aber würde ihnen halt die Möglichkeit geben, monatlich für dieses Archiv zu bezahlen, um dieses zu verwenden. Und zum Beispiel mir ist es so, dass ich derzeit dabei bin, ein Archiv aufzubauen über die Plattform Gumroad.com. Gumroad, wie gesagt, ist eine Plattform, wo du deine Produkte hosten kannst und die führen innerhalb der Europäischen Union auch für dich die Umsatzsteuer ab. Und dann baut man halt praktisch da einfach eine monatliche Mitgliedschaft raus und die Leute können dann zum Beispiel, sagen wir mal, für 20, 30, 40 Euro im Monat diese Videos verwenden, können daraus zum Beispiel YouTube-Kanäle aufbauen, können daraus was auch immer machen. Es ist halt ein sehr, sehr, sehr einfacher Weg, wie du mit deinen Videos oder mit deinen Produkten nochmal extra Geld verdienen kannst. Und ich würde dann auch diesen Bereich durchgehend updaten, das heißt immer mal wieder neue Videos hochladen oder neue Kurse, neue Bücher oder was auch immer in praktisch diesen Bereich hochladen, weil du so halt sicherstellen kannst, dass die Leute auch immer neue Produkte haben, die sie halt für ihre Zwecke verwenden können. Und sonst natürlich noch Icon-Unternehmen. Du kannst ein Icon-Unternehmen starten, gerade wenn du zum Beispiel ein T-Shirt-Business hast und es lohnt sich für dich einfach nicht mehr besonders, ist natürlich ein Icon-Unternehmen eine sehr, 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 sehr gute Alternative zu praktisch diesem T-Shirt-Business. Was genau meine ich mit dem Icon-Unternehmen? Viele von euch wissen ja, dass man auch mit Icons sehr gutes Geld verdienen kann. Du lässt Icons von anderen Leuten produzieren oder erstellst sie selbst und lädst sie dann auf unterschiedlichsten Online-Plattformen hoch. Und zum Beispiel zwei Plattformen, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag, sind The Noun Project und Icon Finder. Das sind meine Haupteinnahmequellen, wenn es um das Thema Icon-Business geht. Und ich würde dir einen folgenden Tipp geben, ich mache es ganz kurz, produziere oder lasse nur Glyph-Icons produzieren, zum Beispiel von Design & Off Fiverr oder Upwork. Dann gebe maximal fünf oder drei Dollar pro Icon aus. Ich würde grundsätzlich nicht mehr ausgeben und vor allen Dingen würde ich auch noch mal eine Nischenanalyse für die eigentlichen Themen von dem Icon durchführen. Ich habe euch mal in die Videobeschreibung zwei Links reingetan. Das sind Links zu Design-Reports, wo einfach nur noch mal beschrieben wird, welche Themen oder welche Icons, sage ich jetzt mal, sich besonders lohnen auf der Plattform Icon Finder. Schaut da gerne mal rein. Ich glaube, das wird für euch wirklich ganz interessant sein. Ich würde, wie gesagt, nicht mehr als drei US-Dollar pro Icon ausgeben. Es ist eher besser, wenn es um die ein bis zwei Dollar pro Icon sind. Wenn du übrigens mehr über dieses Thema lernen möchtest, also mehr über das Thema Icon Business und wie man damit Geld verdient, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Icon Business Meisterkurs. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich in diesen Kurs einschreiben könntest. Der Kurs kostet nicht, wie hier auf dem Foto, 199,99 Euro. Keine Sorge, der kostet gerade mal 9,99 Euro. Über den Link, aber auch nur in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn du dort drauf klickst, kriegst du den Kurs nicht für 199,99 Euro, sondern für gerade mal, und du hast richtig gehört, 9,99 Euro. Übrigens, wenn dich diese ganzen Themen interessieren, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir zusammen ein Coaching buchen würden. Du kannst jederzeit auch ein Coaching in der Videobeschreibung buchen. Einfach auf den Link klicken. Würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Aber gut, das war es dann nun heute hier für dieses Tutorial. Vielen, vielen Dank, dass du es dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns bald in einer meiner anderen Videos wiedersehen können.